was geht ab von der nacht und herzlich willkommen zu einer neuen fetten folge vom battlefield wir spielen wieder den modus waschen in verdann höhen also in neuen dlc beziehungsweise im dlc und ja ich wünsche euch auf jeden fall viel spaß zu porten das ganze projekt dass wir auch noch nicht jetzt viel spaß ne mann ich glaube immer als erster vor bin ein tod ich bin sani ich muss hinter euch sein ein bisschen das alles klärschel ich kann nicht schreiten ich kann nicht retten du bist verletzt ich kann dir helfen ich kann dir helfen wieso ich krieg das nicht Ich konnte ihn nicht holen. Damit kommst du auf die Beine. Ne, ne, hier ist mein Verständnis. Komm, bis gleich mal. Jawoll! Und go! Längst ein Toter. Oh no! Splitter gerade da hat? Wo ist die denn gefallen? Ich habe mich gerade selber verbrannt, würde ich mal eher sagen. Okay, was weiß ich schon. Man erschreckt mich manchmal, ne? Hallo! Ey, blockieren einfach die Tür hier. Wo ist er hin? Ich krieg den nicht geholt. Ja, ist ja klar, dass er mich kriegt, wenn ich darauf fixiert bin, ne? Ja, den zu holen. 0 zu 3. Ich habe noch keinen gekillt. Ich kam mir gerade vor wie der übelste Killer. Darf ich jetzt von da hinten anfangen? Ist das euer fucking ernst. So. Dann laufen wir mal eine Stunde. Bis zum Punkt. Ist ja kein Thema. Machen wir ja gerne. So, jetzt haben wir beides erobert. Jetzt würde ich mal sagen. Wow! Wow! Wie die Erde und alles da durchfliegt, ne? Das ist schon geil. Wow! Ab zu den Ruinen. Oh, yo, yo, yo. Sniper und trailer Helm. Nein! Ich krieg dich wieder hin! Habt ihr sie? Nice! Ach, das ist hier das. Ja, ja. Uah! Oh! Ja, klar. Sprengsatz. Ein Einsatzziel Berger. Da ist voll der Nebel. Und der trifft mich punktgenau im Kopf, ja. Bam! Sag mal, plöpp gemacht und dann war's halt. Oh, da, da, da. Ich sehe einen. Erste Hilfe. Ich hoffe, das Zeug nützt was. Danke, Mann. Hier! Erste Hilfe! Danke! Kanate wäre nice. Ich gehe nicht ins Feuer. Wir haben ein Einsatzziel Berger ausgeschaltet. Ah! Okay. Ich helfe dir! Hier, Mann. Erste Hilfe. Danke! Weiter geht's hier. Im Krieg. Hit euch! Hit euch! Ah! Nein! Wir haben beide Einsatzziele erobern. Mit der Pistole hat er mich geholt, ey. Mars Automatik. Jo. Da warten wir mal lieber kurz. Bis die Artillerie vorbei ist. Hier. Da sieht es gut aus. Boah! Was? 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 Ich sehe nichts mehr. Ich sehe mir die Wunde an. Attackiert die neuen Einsatzziele. Wir müssen da hoch. Da, ich wusste es. Hier. Erste Hilfe. Greif zu, Mann! Okay. Ach, Digga, hol den doch einfach. Was? Für dich, Kamerad. Erste Hilfe. Vielen Dank. Soll ich dich wieder zusammenflecken? Sprengsatz am Einsatzziel Bertha platziert. Erste Hilfe, greif zu! Danke, mein Freund. Scheiße, zu spät war das. Hier, Erste Hilfe. Danke. Wir haben Einsatzziel Bertha ausgeschaltet. Hier, Erste Hilfe für dich. Danke, Kamerad. Du bist verletzt. Ich zieh mir das an. Scheiße, ich kann einen an. Hab einen erwischt, Mann. Es ist Luftwaffe. Hör doch, ich bin bereit. Für dich, Kamerad. Erste Hilfe. Danke. Wir haben beide Einsatzziele eröffnet. Jawollski. Ich zieh mir die Wunde, Mann. Ich fliege dich zusammen. Boah, steh in den Mucker. Erste Hilfe, greif zu! Weiter geht's jetzt. Boah, 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 boah. Hier, Erste Hilfe. Attackiert bei neuen Einsatzziele. Ich lauf mal mit ihm. Der Sunny, der mit an die Front geht. Okay, okay. Auf, ist die rein? Nein, die ist nicht reingegangen. Ich wollte die da reinschmeißen. Verdammt. Yo, danke, Mann. Danke, Mann. Ich sehe nichts. Ich renne einfach nur. Ach, das gibt's doch nicht. Killhilfe. Zwei Sannis und keiner holt mich. Ah, danke, Mann. Hier, Erste Hilfe. Erste Hilfe. Ich hoffe, das Zeug nützt was. Oh. Ich versuche keine Wunden. Was hält denn der aus? Der Feind hat den Sprengsatz an Einsatzziel Albert entschärft. Wollen die mich verarschen? Wollen die mich verarschen? Ich hoffe, er hat die Beine. Nein! 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 Dann komm ich auf die Beine! Wer hat die Hilfe? Nehmt schon! Nimm schon! Nimm schon! Und nicht! Hey? Hey? Ja! Da! Na! Oh! Oh! Wir haben beide Einsatzziele erobert. Worum bin ich denn jetzt gestorben? Ach von den Telegraphen. Der hatte mich ja okay jetzt die Splittergranate, aber der Telegraph hatte mich zum Brennen gebracht. Okay jetzt haben wir auch wieder beide. Die Jungs warten schon, wie verrückt. Ich habe ihn nicht gesehen. Haben wir uns beide gekillt. Na fein. Hier erste Hilfe. Ich habe eine Schuhe gemacht. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Hier. Erste Hilfe für dich. Einsatzziel Albert platziert. Scheiße. Weltwebe verwunden. Hier man erste Hilfe. Einsatzziel Albert entschärft. Mann, ich wollte den Knüppel, ich Idiot. Anstatt der mich erstmal holt, holst du mich denn jetzt? Sprengsatz an Einsatzziel Albert platziert. Ist mir ein Rätsel, warum der mich nicht geholt hat. Bin auf einmal hier drin gewesen. Scheiße. Boah, ich sehe gar nichts hier. Nur noch Totenköpfe. Unter, unter. Wo seid der? Du bist verletzt, ich seh mir das an. Unter, unter. Wo seid der? Ach nee. Lonely you. Der beste Spieler der Welt. Wir müssen nur noch B holen, ne? Kann sein. Dann sind wir durch. Oder? Oh, aber B wird nicht so einfach werden. Da, da, da. Wo war der? Wo war der? Ach nee, du. Ist doch Kacka. Ach nee, du. Komm, komm, komm. Haben wir. Jawoll. Jo, war eine fette Runde. 8 zu 12. Mal gucken, ob wir wieder ein Highlight mit drin sind. Habe ich die letzten beide Male vergessen, mit euch das zu teilen. Schauen wir mal. 11.000 Punkte, fast 12.000 für Rush in 15 Minuten. Hammer geil. War schon ganz geil. Auf jeden Fall. Und jetzt den Ding. Heilung 95. Seht ihr? Ja, in den Highlights bin ich meistens mit dabei neuerdings. Weiß auch nicht, was da passiert ist. Okay, auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Mit mir dieses Spielerlebnis geteilt habt. Supportet es, das wäre noch ganz nice von euch. Bis demnächst. Haut rein.